Herzlich Willkommen im DearStyle. Irgendwas ist hier los und hier vorne ist ein Ausrufezeichen, das werden wir uns direkt mal anschauen. Hier ist ein Mann in Not bei The Witcher 3. Ja, das ist vielleicht so, aber wer bist du und was willst du? Ah, okay. Für den haben wir mal was gemacht. Hm. Vertrauenswürdig. Keine Ahnung, geht zurück, guckt nach. Warnung, Geburt, Aufwalfang, Skograt, Spitzname, Hexer gesucht. Ich, der Verfasser, hat diese Nachricht. Suche einen Hexer, der einen Auftrag... Ne, der Auftrag ist snifflig. Es sollte einen echten Fachmann, aber nicht schwerfallen. Eine ansehnliche Bezahlung wartet. Es eilt, also nicht zaudern. Interessierte Hexer finden mich vor der Taverne im Fiesta. Ugo, Sohn von Olaf. Auftrag, Drache. Herhören Leute, ein riesiger Drache, ein Schrecken direkt aus den Geschichten der Skadiah... Macht die Lande vom Fiesta unsicher. Er misst 50 Fuß in der Länge, 100 in der Höhe und kann einen Mann mit Feuergaben einäschern, die 100 Spannen lang sind. Es ist aber schwer, dies genau zu sagen, da niemand noch lebt, der nah genug an der Bestie herankam. Ich habe das Vertrauen, dass ein Sohn Skelliger tapfers genug ist, uns gegen dieses Böse zu verteidigen, indem er den Drachen erschlägt. Zum Dank soll er mehr als nur eine Belohnung erhalten. Er kann den Drachenschatz haben, den schon solche üblen Kreaturen hüten. Wie jeder weiß. Vegan, Dorfältester. Alles klar. Nicht erkundete Orte hinzugefügt, aber erstmal werden wir jetzt die Diebe an Altem Fjord stellen wollen. Ähm, da lang. Ja, da lang irgendwie. Ah, ganz schön abgeholzt hier. Und stürmisch, windisch, windisch. Und ekelhaftes Wetter. Hm, hm, hm. Ja. Ich frage mich gerade, ob man den Wizards Spielstand auf, von der Playstation 3 auf die Playstation 4 transferieren kann. Das wäre total cool. Hm. So, Altem Fjord, hier soll ein Diebe sein. So, verletzt. Ups. Ab mit dem Kopf. So, ihr seid tot. Brauche ich nur noch das Schwer zurück. Auch ernsthaft. Haben wir es auch weiterverkauft, oder was? Ekelhafte Arschlöcher. Ey, diese Diebe schreiben echt viel. Und wieder sonst wie viele Kilometer weg. Das werden wir uns jetzt aber sparen und erstmal hier die beiden Hexeaufträge annehmen. Erstmal sprechen wir dann mit dem Dorfältesten jetzt. So, also die zweieinhalb Meter wieder zurück. Na, du kleiner Hexer. Ui, Molyphile oder wie das Zeug hieß gerade. Molyphile. Arschlöcher. Leider haben wir actionmäßig über Zäune. Das regnet hier irgendwie überall. So, hi. So ist es. Okay. 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 So. Will. Okay. So, junо. Jaja, ich stecke nicht meine Finger in die auf dem bunten, keine Sorgen. Jaja, ich stecke nicht meine Finger, ich stecke nicht meine Finger. Okay, Hasen, immer noch, jetzt, naja, kann man immer essen. Unsere Narbelleuchte, ganz schön heftig. Okay, so, den Schauplatz ist zerbrechend, sollen wir uns anschauen, aber wir gucken noch mal ganz kurz ins Questlog. Vielleicht können wir die andere Queste auch direkt hier beginnen. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, ein bisschen weiter. Dann machen wir erstmal die weitere weg. Mit den Neckos. Der Typ weiß auch nicht, wie man was richtig ausspricht. Schon eine alte Pappnase. So, einmal durch den reichsten Fluss gerannt. Richtung Neckar wäre auch das einzige Monster, was mir so eingefallen wäre, welches im Rudel irgendwen angreift. Oh, ich... Oh, ich... Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was war da? Hat jemand Steine geworfen, die wurden irgendwie nicht angezeigt? Okay. Okay, ist wirklich was runtergeschoben worden. Aber so ein Frecher, der mit Stein wirft? So, die sterben eh, die sterben eh alle, die wir treffen mit der Zeit. Zumindest wie wenn wir mit dem Schwert berühren. So... Da gehen die Spuren weiter. Oh, eine nette Höhle. Das ist echt ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn wir uns doch immer eine Falle stellen. Ich hasse diese Gegner. Weg, du ästliches scheiß Spinnvieh! Mann, oh Mann! Haben wir aber gut klein gekriegt, die Viecher. Das ist ein ziemlich geschickter Necker. Wahrscheinlich ist es nur einer, der es aber richtig drauf hat. Allerdings... Allerdings... Ähm... Interessant. Also echt interessant. Hmm... Zerlegte Necker. Bin ich das? ... Vielen Dank. Okay. Und Schuhe draus gemacht. Auch diese Bilder sind sehr interessant. Also. Hat sich immer Mühe gegeben. Ja, von hier kam er gerade. Ein Treffpunkt. Okay. Ah, Neckar. Die Goblins von The Witcher. Hm, perfektes Timing. Na, komm schon her. Gräbt er sich ein. Die kleine... Purschi. Hm. Einfach tot. Ja, jetzt hat er doch was zum Looten. Toll. So, da hinten ist der Treffpunkt irgendwo. Gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Der Maisgesuchte von Scaliger. Bin wohl ich. Ein Plan von einem Kind, mich zu töten. Interessant. Na, was erwartet uns jetzt hier? Ein Plan. Alter. Kleine. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.